Ja, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge Absalver Folge 2 Der lange Weg Oder keine Ahnung, wie ich die Folge nenne Wir sind jetzt an derselben Stelle Wie beim letzten Mal, als wir aufgehört haben Und gehen einfach mal weiter Diesmal ganz vernünftig Nicht, dass wir wieder abstürzen Ja, obwohl wir müssen ja jetzt hier zu dem Igor Locken wir ihn einfach auf eine größere Fläche Und hauen ihn kaputt Oder die beiden Mensch So, der ist schlafen und jetzt noch Ja Ich block doch Nein Oh Gott Vielleicht bin ich tot Okay, ich bin tot Mensch, ich stelle mich aber auch an Wie das erste Auto Das sind eindeutig zu viele Ähm Ja Ah, der ist aber weg Oh, der ist noch da Oh, der ist noch da Oh, der ist noch da Stopp So Oh, es geht auch Schon viel besser Schon viel, viel besser Schon viel, viel besser Sind nicht, idiot Ach ja Oh, eine neue Hose Schauen wir uns die einfach mal an Da, zum höchsten Da verlieren wir jetzt auch nicht wirklich, äh, sonderlich An Attributen Ah, doch Äh Äh Oh, der ist noch da So Oh nein, wieder zwei. So, den einen haben wir. Er ist doch den. Oder die. Ah, ich habe keine Ausdauer. Ich muss auch mal auf meinen Ausdauerbalken achten. Mensch! Oh, war der schwer. Ja. Puh! Wir haben einen Attributpunkt. Ähm. Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Gesundheit. Gewandtheit. Willenskraftscherben auf. Ne. Nehmen wir. Ja. Wir brauchen alles zu. Das war's. So. Gehen wir weiter. Hallo. Komm her. Komm, ich zeig dir, wie du bluten kannst, wenn ich doch mal treffen könnte. Oh nein, die Waldfee. Warte mal, haben wir eigentlich neue Kampfstilmöglichkeiten? Ähm, das wir morgen mal... Hier, glaub ich? Nee. Doch. Ähm... Wir probieren das mal damit. Ja, das sieht doch mal ganz gut aus. Ähm, Übungsmord ist verlassen. Dann... Escape. Und zurück. So. Ähm, ich kam von da... Wohin gehen wir? Gehen wir da lang. Und heilen uns nochmal. Hallo? Hallo? Hör auf mit blocken, du Sau! So. So. Oh. Aber mir fällt glaub das auf. Ähm... Ich muss mal die Steuerung ändern. Und zwar... Ihr seht ja... Wenn wir kämpfen, haben wir doch dieses... Ah, okay. Sehen wir jetzt grad hier nicht. Haben wir doch unten dieses, ähm... Ich sag mal... Viereck. Mit vier verschiedenen Kampfhaltungen, Kampfpositionen. Und ähm... Wollte ich jetzt mal die Steuerung ändern und die vier Kampfpositionen auf die vier Pfeiltasten legen. Ähm... Um sofort zu wissen, wo, wie, was liegt. Ähm... Optionen. Steuerung. Ähm... Rückwärts... Nee. Gut. Man kann das nicht ändern. Haltungsmodus... Ja... Das ist wiederum der Nachteil. Ähm... Für Controller geht das halt schon anscheinend besser. Nur... Ja... Hier anscheinend nicht. Super. Wir können das jetzt nicht ändern. Die Tastenbelegung. Also ist es Q, E, Z und Y. Also die... Die Anordnung ist da nicht so... Nicht so schön. Jetzt seht ihr unten das Viereck. Boah... Hat ja viel Ausdauer. Oder besser gesagt... Gesundheit. Da kommt ein Stück. oah... Ah... Da kommt ein Stück! Mann! Du kleiner Lümmel! Oh Gott, nein! Ich bin aber auch nicht wirklich konzentriert. Ja, diese Ausreden. Diese Ausreden. Warte mal. Ich werde jetzt etwas tun, was ihr nicht tun dürft, weil das böse ist. Aber ich werde es dennoch tun, damit ich besser konzentriert bin. Tja, jetzt könnt ihr anhand den Sounds, die ihr hört, euch fragen, was ich wohl gerade tue, damit ich mich besser konzentrieren kann. Ja, ich esse ein Eis. Ne, Spaß. Oh, da sind sie ja wieder. Oh, nein! Au! So geht es natürlich auch. Immer schön abdrängen und in den Tod stürzen. Ähm... Ja, hier war das. Jetzt nehmen wir wieder etwas Stärke. Ja, ich werde jetzt höchstwahrscheinlich nur Stärke, äh, Skillen, dann Vitalität und Konditionen. 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 Komm her. Trude, Mensch. Okay. Nein, hier ist noch einer. Weg, ich will weg. Ich will flüchten. Ja, schade, dass das nicht nur einmal kurz sein kann. Und da kommt auch nicht wirklich was dazu. Ach doch, einfach mal stehen bleiben und warten. Dann warten wir gemeinsam. Ach so, das war's schon. Hm. Ach, Mensch. Komm näher, komm. Komm näher. Komm noch etwas näher, komm. Komm her. Okay. Okay. Oh Gott. Gut. Ähm. Ich würde jetzt einfach mal sagen, damit ihr mich, ähm, nicht die ganze Zeit sterben seht, machen wir ab hier mal ein Ende. Ich muss noch etwas üben. Noch etwas trainieren. Und, ja. Ich glaube kaum, dass das Video euch gefallen hat. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oder eventuell ein Abo. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Adieu.